Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWelm1974. Zeit für die Challenge Tour. Ich weiß, es war irgendwie ein Mini-Break in der Aufnahme und... ...frag mich auch nicht nach welcher Folge, das ist auch vollkommen wurscht. Wir machen Challenge. Es geht weiter mit Phobos. Vorgestellt haben wir das alles schon. Ihr kennt die Leute, es geht zur Sache. Habe ich auf VRSD umgestellt? Ja. Standard ist tatsächlich hier noch Kühlsortasten. Das mag man gar nicht glauben, aber so. So. Dann wollen wir. Boah, wie schnell das hier ist. Wenn ihr mal andere Sachen gezockt habt und dann auf einmal das hier macht. Das ist, ähm, verdammt schnell. Ja. Dann sehe ich keinen, das ist nicht gut, weil... Das ist nämlich der größte Problem. Wenn ich keinen sehe, dann kann ich auch keinen erschießen. Äh, jetzt irgendjemand erschossen? Ne, ich habe keinen erschossen. Und ich muss selber für mich meine Info machen, weil ich zock das jetzt hier wieder auf der alten Möbel. Was vielleicht nicht gut ist, wie ich gerade merke. Weil ich hier tierisch einfach nicht fressig bin hier. Das ist wahrscheinlich auch nicht das beste Match, um hier wieder reinzukommen. Boah, ich kriege ja gar nichts hin. Das ist ohne Witz, das wirkt viel zu schnell. Gut, dafür brauche ich mich nicht mehr über die Maus zu beschweren, weil das ist jetzt alles brand new. Tja, ich glaube jetzt habt ihr erstmal was zu lachen. So. Boah. Boah. Hahahaha. Für das ich mich eigentlich total beschissen anstelle. Ist ja noch relativ knapp. Aber ich sag's mal so. Ich werde das also dementsprechend nicht 500.000 mal machen, weil wir wollen ja auch mal weiterkommen. Ist ja glaube ich schon ein Versuch. Drei oder vier. So. Ist weg. So, da ist Sprung. Ist ganz gut. Oh Mann, guck mal. Das war nicht so gut, aber es hat funktioniert. Kann ich euch sagen. Ich führe, ich führe und ich bin zu doof, an den Raketenwerfer zu kommen. Alter, wenn ich das tatsächlich erreichen sollte. Alter, wie kann man denn daneben schießen? Aus fünf Zentimeter Entfarnung. Ich meine, gut, habt ihr gesehen. Geht, aber... Eigentlich ist das nicht segnend. Es ist für mich allerdings verdammt dunkel, das kann ich euch mal sagen. Vielleicht ist das der Vorteil. Das ist nicht gut, was ich hier tue. Nicht erhalten den Tod springen und dann kämpfen. Gut, hier ist der beschissenste Respawnpunkt. Alter, ihr hasst mich, oder was? Geht, Baby! 1 2 2 2 4 2 1 2 4 5 5 5 Das war nur 15 Fracks! Ach, mehr ist das gar nicht! Ich dachte, das waren 25. Ja, seht ihr mal, was passiert, wenn man den Anfang nicht liest. Naja, gut. Naja, das war nicht ich, das war ein anderer. Das war nicht ich, das war ein anderer. Das war gut. So. Na, super. 3-3. Und wieder hier auf Marshausen. So. Natürlich. Was denn scheiß. Ja, ich auch. Warum nehme ich eigentlich nur eine Rakettenwerfer mit? Was ist das für ein Fetisch? Das ist knapp. Aber ich bin nicht wirklich gut. Wie oft habe ich jetzt an ihm geschossen? Drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal? Meine Fresse. Bietig scheiße. Und das liegt diesmal nicht mehr an der Hardware. Ich muss auch damit überleben. So. So. Und den nächsten. Das war nicht ich, ne? Das war ein anderer, der den erledigt hat. Was ich echt scheiße finde. Alter, der hat mich getroffen. Und ich den nicht? Wo komme ich denn hier hin? Hier bin ich ja auch geil. Äh. Was ist denn? Gut, das war auch der sinnloseste Respawn Point, den man überhaupt haben kann. So. Äh. Ja, natürlich. Aus mich letzter. Ist klar. Ist klar. Das kennen wir auch. Das Phänomen. Ey, das ist doch. 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 Das ist doch hier totale Scheiße. So. Das war ein anderer. Den kill kriegen wir hier. Also die Runde kannst du echt vergessen. Ich kriege ja gar nichts auf die Kette. Ja. Und schon wieder. Ja. Und natürlich den Idioten Spawn Point hier wieder. So. Hat einer nur die Wehmer gezündet, ne? Oh geil. Übertreibt einer überhaupt nicht. So. 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 Ist da einer. Auch sicher mit einem Treffer natürlich. Ist klar. Läuft. So. 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 Das wird ja auch nichts Die Runde kann ich vergessen Die kann ich vollkommen Voll für den Arsch Jetzt haben wir sowieso verloren Und der Also der Respawnpoint Den kann mir bitte einer erklären Was soll denn so eine Kacke Nix Toll, ist das hier der Spawnpoint Als Aussichtspunkt oder was Was, ein Unsinn Das kann ja nichts Das kann gar nichts Falls ich gerade oben gewundert Warum ich gerade immer ein bisschen still bin Einerseits natürlich, weil ich hier die Hucke vollkriege Einerseits, weil irgendwie wieder lustige Nachbarn Irgendwie wieder durch das Haus rennen Ohne Sinn und Verstand Das machen die gerne Ist ja auch schwierig So Auf geht's So, danach schieße ich mir die Runde weg Weil das Ich will euch nicht retten Wie nur ein Kill Ich habe zwei erledigt Jetzt werde ich hier schon beschissen Das war ich auch wieder nicht Wenn sie mir natürlich die Kills hier nicht zählen Dann wird das natürlich auch nix Ist das für eine Scheiße So Der hat gesessen Aber ich habe auch schon da was abgekriegt Ich wollte schon sagen, ey Frontal in der Rakete Und der bleibt stehen Ist klar Das ist Superman, oder was? Alter Nein Ich hasse diesen Spawn Point Meine Fresse geht der mir auf den Sack Meine Fresse, also da haben sie ja auch was erfunden Das ist ja totaler Unsinn Meine Güte So, erstmal weg mit dir Ich werde wie schon gesagt gleich erst mal den Gamma Wert hochsetzen Weil auf der alten Maschine ist das jetzt scheiße dunkel Das habe ich schon mal erwähnt Das ist natürlich super Atmosphäre Aber das Problem ist Ich sehe die Leute verdammt spät Ich werde doch hier Das war jetzt Da war schon wieder nicht mein Kill, ne? Sag mal Alter, das gibt es doch gar nicht Und schon wieder bin ich hier auf Was weiß ich aussichts Warte mal Kann ich da hoch hin? Was bringt mir das denn? Dann kann ich in die Arena sprengen Aha Okay, aber sonst bringt mir das gar nichts Boah Der Pistol-Killer Nennt mich Jack Pistol oder so So, danke Schön Bin ich gleich wieder tot Aber Ich bin auf Platz 2 Ah, schieß doch Alter, was bist du Ist ausgeglichen Ist spannend Aber nicht wirklich realistisch Alter, das gibt es doch überhaupt nicht Also entweder klauen sie mir die Kills Oder ich bin spontan tot Wie geht das denn? Wie geht das denn? Zwei Schuss mit der Pistol Headshot oder was? Da, too easy Too beschiss Hier Scheiß Cheater Meine Güte Und jetzt lege ich fünf hinten? Alter Bist du mal Du fühlst mir Der ist jetzt fünf Raketen ausgewichen Fünf Genau Bei dem mit dem Pistol Den kill ich sofort Natürlich Alles ist da Hier ist doch mal Bambule Also Jetzt ist mal Schluss Mir lustig Das ist ja der schlimmste Betrug Seinem Bundesliga-Skandal hier Ach Wenn ich die Kills gehabt hätte Die mir eigentlich zuständigen Wäre das gar nicht so verkehrt gewesen Ja, schön Jetzt müsste ich ein bisschen Dusel haben Ich müsste auch mal wieder was sehen können Ja Dann mache ich folgendes Ich setze eben meinen Cut Ich setze jetzt mal eben kurz Die Gamma hoch Machen in dieser Folge jetzt eben noch ein Match In der nächsten Folge Cheete ich mir das Match dann durch Und dann machen wir weiter Kurze Pause Wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder Mit Gamma 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 So Da sind wir Mit neuer Helligkeit Jetzt sehe ich auch alles Ich weiß nicht, ob mir das jetzt irgendwas bringt Aber Ich probiere es einfach mal Auf jeden Fall Sehe ich schon mal was Und wo Respawn ich Bei Kackhausen Das ist die neue Kiste Ich war ehrlich zu faul Das auf die neue zu transferieren Weil das mit den Safe Games Nie so einfach geht Wie ich gemerkt habe Dann habe ich gesagt Was weiß ich Süß als Zeichen Ich muss die neue Kiste Sowieso nochmal reparieren Der Sommer hat den Rams Nicht gut getan Aber gut Das ist nun mal so Da muss man durch Ist ja Gott sei Dank Alles noch Garantiefall gewesen Kann ich den mal bitte erschießen? Hab ich jetzt richtig gesehen Dass der mich da voll verarscht Ich führe Ich führe Scheiße Ich führe Na Schieß da auch nicht Arschloch Ah Und immer will ich sofort In die Action Und dann sehe ich wieder Diesen tollen Abgrund Ich hasse das So Auf zu ruckeln Da gibt es keine Zeit zu Ich führe Ich würde das ja auch gerne Legal schaffen Hat der mich jetzt gerade Mit dem Lüftsack quetscht? Alter Ich habe dem gerade Die Vorarbeit gemacht Und dafür hat er mich abgeknallt Und dann ist der Weltenlohn So Boah Boah Weg hier Weg 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 Boah Der füllt mit 5 Wie geht das denn? Alter Warte mal Frage ich mich Wie geht das? Das ist schön Das haben wir gut gemacht Das trifft auch Danke Vier Aber es ist schwierig So einen Abstand aufzuholen Bei 15 Ist nicht leicht Das ist ja Prinzip eigentlich Ein Kurzmatch Das ist ja eigentlich Sozusagen Wenn man An Re-Tournament Sprint So Okay Na Na Mein Freund Wo bist du? Da war Erstmal einer Und was auch immer Es war Ich habe es nicht mal gesehen So Also Ja Da geht Kann man nur hier hoch So Ein Scheiß So Da war doch gerade noch einer Hör auf zu ruckeln Sieht scheiße in der Aufnahme aus Ich habe schon Das ist übrigens ein Fehler Wahrscheinlich Ich habe schon mal den Browser geöffnet Wenn wir gleich die Sheets brauchen Das geht Das geht nicht gut Der ist gleich durch Ne Na siehste Siehste Und das meine ich damit Es wären zwei sichere Kills Das hätten das sein müssen Und das Der eine Ja Jetzt ist er noch Auf Killing Spree Natürlich Schüss You are shit So Das war nicht so sinnvoll Unsichtbarkeit mir vor Das war eine schöne Serie Aber die reicht nicht Die reicht natürlich nicht Schön Jetzt bräuchte ich mal ein paar Feinde Unglück Und da ich das ziemlich genau weiß War klar Haben wir nicht So Jetzt mache ich hier einen Cut Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Und dann schieten wir uns Phobos durch Bis gleich Ich bin euer Mr.Wendem 1974 Bleibt dran Ciao